Viele Menschen fragen, was ist schuld daran? Warum kommt das Glück nicht zu mir? Bange mit dem Leben, will zu wenig an. Dabei steht das Glück schon vor der Tür. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Viele Menschen suchen jeden Tag aufs Neue, jemand der sein Herz ihnen gibt. Und wenn sie schon glauben, er kommt nie vorbei, finden sie dann einen, der sie liebt. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen.